Wie kann es ein normaler Bürger schaffen, sein Geld in Zeiten des Coronavirus sinnvoll anzulegen und somit sicher durch eine mögliche Wirtschaftskrise zu kommen? Und zwar nicht auf Biegen und Brechen, sondern wirklich sicher und komplett sorgenfrei. Ich meine, jeder kennt das. Alle sind aufgrund eines Virus daheim und können nicht zur Arbeit gehen. Die Wirtschaft ist eingebrochen und man hat Angst, seine Familie nicht länger ernähren zu können. Die Situation ist ungewiss und keiner weiß, wie es weitergeht. Was wäre, wenn du diese Sorgen gar nicht haben müsstest? Was wäre, wenn du einfach ohne Probleme weitermachen könntest wie bisher? Mit einer sinnvollen Kapitalanlage ist es jedem möglich, eine Wirtschaftskrise ohne Sorgen zu überstehen. Ganz ehrlich, es hört sich fast zu gut an, wenn nicht schon tausendmal vorher bewiesen wurde, dass es am Ende genau so am besten funktioniert. Und ich erkläre dir jetzt, wieso eine Immobilie so interessant für dich ist. Erstens, Aktien und Fonds sind am schlimmsten von Wirtschaftskrisen betroffen und verschlingen in einer plötzlichen Krise, wie wir sie momentan erleben, sofort dein gesamtes Erspartes. Eine Immobilie dagegen erhält ihren Wert auch in einer Wirtschaftskrise. Zweitens, wenn niemand mehr arbeiten gehen darf, weil die Wirtschaft brachliegt, wird auch kein Geld verdient. Viele Angestellte verlieren ihre Jobs und müssen sich massiv einschränken. Mit einer Immobilie hast du ein gesichertes Einkommen, da Mieten auch in einer Krise gezahlt werden müssen. Im schlimmsten Fall kannst du sogar selbst in deiner Immobilie wohnen. Drittens, während unsichere Geldanlagen immer mehr an Wert verlieren und von Inflation betroffen sind, musst du dir keine Sorgen um dein Geld machen. Gegenüber Geldwertanlagen sind Sachwertanlagen wesentlich sicherer. Der Wert deiner Immobilie steigt mit jedem Jahr, somit wird dein Geld in jeder Situation der Wirtschaft immer mehr wert sein. Das ist der sichere Weg. Auf diese Weise bleibst du immer auf der sicheren Seite und musst dir auch in schwierigen Zeiten keine Sorgen um dein Geld machen. Du wirst auch in einer Wirtschaftskrise noch eine sichere Kapitalanlage haben, die ein Leben lang Geld für dich abwerfen wird. Wenn das interessant für dich klingt und du gerne erfahren möchtest, wie du dich und deine Familie mit einer Kapitalanlage absichern kannst, dann klicke jetzt auf den Link und melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an. Gemeinsam werden wir Schritt für Schritt deine Ist-Situation herausfinden und einen Weg finden, wie auch du eine Kapitalanlage zur Absicherung deiner Zukunft finden kannst. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt musst du handeln.